So, da sind wir wieder hier bei uns, äh, bei Reco geht's, äh, immer noch weiter, wieder nach Aufnahmepause. Juhu! Essenspause. Juhu! Nee, ich weiß, leider hier. Weiß? Achso, da. Ich bin noch neben dir. Hab's schon gefühlt, mein Licht hat abgenommen. Mh, ich geh auch nicht lang. Ich warte immer noch. Warte, was? Oh, mein Licht. Ja, klar. Ich hab das Gefühl, mein Licht ist doder geworden, irgendwie. Also? Ja, obwohl ich kann sein Land auf mich drauflaufen. Obwohl ich ein Leuchten fahre. Oh, 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 oh. Nee. Warte, ich bin doch gar nicht dran, äh. Nein, die haben wir nicht dran, ja. Das ist schön. Ja, das ist ein Buch. Tuh, hey! Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelett-Dämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Welch üble Magie ist das? Ich mag schon mal einen. Da muss ich schon mal einen entfernen. Eigentlich bin ich immer meiner, äh, zurückgebe, äh, wenn wir nicht gegner treffen, wenn wir nichts machen, dann bin ich immer wieder zurück. Ich glaube, ich bin ganz für ein Fall. Ich mag schon mal einen, nachdem ich den, nachdem wir nicht wegziehen, dann bin ich immer wieder zurückgeblend. Ich glaube, ich glaube, ich komme mir zuerst. Ich denke, ich bin so einfach zu erinnern, das ist ganz schön. Vielleicht ist es ein Rundweg? Boah, Alter, wieviel Gold hast du denn da hinten durch? Danke! Tief! Oh, Tief! Meine Armel, er weg! BAM! Also! Schau, du hast doch mal! Mhm! Ah! Eins! Tief! 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 Was haben wir denn hier bekommen? Ah, das sind zwei Handlaufen. Das ist mir... Ja, mag ich nicht so. Das ist so der Zweihand-Typ. Was machst du eigentlich, Tief? Nichts. Es ist ein bisschen länger die Arbeit nach. Nichts länger. Ja, die Arbeit! Nichts mehr. Die Mountsteuer. Dann haben wir ja oben fließen. Und jetzt habe ich Covid. Dann müssen wir die auf CS-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5. Das war Herr Karten. alle er wird das den europäischen ich möchte nicht mehr können wir können bitte warten Ey. Da sieht ja schon mal Kacke aus. Und die ist auch Kacke. Echt jetzt? Ja. Komm mal her, ich hab was nicht für mich. Doch hab was für mich. Oh Gott, kommt der Glocke. Ah, tut er mir. Das ist so weit, Mann. Oh, was brauch ich so, ey. Ja, hier hatte ich vorhin das kleine Stück von Sonneweiler. Wow. Kannst du mal irren? Wow. Hier ist Event. Captain Blackjack ist jetzt online. Was? Captain Blackjack. Daniel, Captain Blackjack, ne? Doch. Was ist das? Ja, sie... Oh, das lässt Lämmen machen. Das kann ich nicht. Was ist das? Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber... Ich weiß nicht mehr genau wer es jetzt ist. Wies nicht mehr. Ah, ha. Eine Säge ist von mir gegangen. Der was? Eine Säge ist von mir gegangen. Eine Säge ist von mir gegangen. Ach, nein. und man würde das gerade machen erst oh ich kann die gold gefilmung ich kann die gold gefilmung ich kann die immer noch auf ich kann die immer noch auf ich kann die immer noch auf Nein, ich wusste immer mal in der Kille, das war das Titten. Ich war nicht ganz alleine in der Kille. Die Lüge. Irgendwie fast. Du bist zurück, damit du oberst die Kille warst. Ich werde nun noch mehr gefürchtet. Ja, ja. Boah, der ist fürchtlich, weil ich das letzte Geburtstag habe. Der Bibel, was? Boah! Ah. Oh, das war doch. Und nun wandere ich, verflucht durch meinen einzigeliebten König. Das böse nagt an meinen Knochen. Und ich drohe ihn zu unterliegen. Um ein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben. Um dort allein zu sterben. Das ist ein Kille. Ja. Cooler... Ojo, pass auf. Ich werde absolut Granaden. Mm... Klettiger... Schwach. Du ja, in der Tat, in der... Kein Buh, wow. 2 von 3 Schmati, viel schade, ich würde mal mit deinen Ich sehe Die Kranade macht mich irgendwie nicht so besonders Ich liebe diesen Kettenschuss, der ist am besten Oh, das ist nicht Jetzt. Du musst. Ja, geht doch. Wollt ihr noch mehr? Ja! Mömel ist gleich über einen. Ich schlapp den Daumen. Ich lehne das Vieh ein. Hier ist ein Waffenstamm. Au. 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 Auf. Ah. Was hat er? Ich bin hier. Was? ...was? Werdoll? P miejt kein lachen! Christoph! Da oben erscheinen Bösen hinten war der Kies irgendwo Da oben erscheinen Hier geht's morgen runter Oh! Schatzproblem! Einbrüggeln! Ach die Herde! Ja, gut geworden Da war noch ein Ring Zwerde Brust Hey, ist mein Ding Was? Brust kommt auf dem Arm? Ja, der Zwerde Brust, die kommt auf dem Arm Ah, ja Eine Armbrust Look at my face from game Für diese Aussage Und dass ihre Portale in sein Reich führen Hm Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung Oder Dorfbewohner Was ist mit Dorfbewohner? Ich hab grad ein Goldenlands Item bekommen Echtes? Ein Dorfbewohner Oh! Ach, hier ist die Zweifel Ach, hier unten ist Wacker Aufsteigen Äh! Im Darf steigen Oh! Geil! Hier auf die Gange! hopefully alle! Massaker! Massaker! Hier! Vielleicht mir das auch gerade wo die herkommen Sind das die getrickerten von mir? Ich weiß nicht Auuuuch Hör mich drauf Boah er ist ruf Die Rune und ruf Ja Jo hier ist so oberheitlicher Level der Juri schon wieder Nee, nee So was haben wir denn schönes? Nein, du? I, nee, oh schulder I, nein, KS Sie haben X, S Das ist glätt Verschlapp, kling Neee Oh Leiche, ist das Ding so gekommen Machs mal, mal gucken Besseres Überschütter, Tobi Keine gläschte Oh Lehm Oh keinemgehen, geil Machs nur Lehmdrich Oh Leiche Oh Leiche Ich hier auch gekommen Alle, wie Gold gibt's hier, Alter Geil Oh, mit 300 Gold keine bekommen aus meiner Scheiß Leiche Wow Schön, dass du Gold bekommst Oh Erste Reihe Hey Ey, das ist nicht die Verräter Verräter Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen Selbst wenn ihr es nicht tut Ne Werowig ist tot Was du wollen, was brauchen wir? Was müssen wir... Was machen wir denn jetzt, her? Der König ist tot Ihr wagt es, das Lebensfarme in mein Grab zu tragen. Ich möchte vor Schlingen. Ich will jetzt nur Schützung bauen. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, Halt, Stopp, F! Du kannst nichts gehen, solange dein Skilipkrieg am Kampf sind. Doch, ich kann's killen. Ist ja schon. Ja, man muss einfach nur spämen, das klappt natürlich. Eingriff! Ja, Schlingen! Gib mir Essenzen! Gib mir Essenzen, Lickos! Oh, halt. Halt, Halt! Ah, Essenzen! So, ich hab' die Hormäe, Alter. Ohohoho, die Hormäe haben wir Gött. Göttlich. Na, das geht's erwaschen durch jetzt hier! Ja! So, mit deinem neuen Skil muss ich hier auf Extremem entfernen bleiben. Warte mal, ich brauche das auch noch Skil dafür, oder? Halt, Stopp! Es! Das ist total gefährlich, meine Maschine. Geht's in den Nahkampf! Ich hab' die Drohung gefunden. Geht's in den Nahkampf, exakt. Ne, Passive hab' ich grad freigeschalten, ne? Ne. 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 Pein, du bist Blinz oder du los! hm? Du bist Blinz! Ja, du bist ehrlich. Du bist doch nicht da. Hm, Chaos netten! Ja,isktτε! Oh. 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 Easy. Nein. Das geht halt nicht. Verdictet. Ich habe gewusst, dass sie dort einstutzt. Genau an der Stelle. Wow. Ach man, der will uns nicht haben. Ja, der tut auch Schluss. Hey, was? SELEN! Ja. 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 Ja.